Was geht ab, Leute? Team Bubble-Tier mit deinem neuen Segment. Team Bubble-Tier. Okay. Hör mal doch! Was sitzt? Nicht? Die zwei hier werden mal auf die ARG-Bandliste reagieren. Kennt ihr die schon? Ja, wir kennen die. Ja, nicht? Ich hab's noch nicht gesehen. Aber ich hoffe jetzt gerade so an. Aber er ist schon. Und bin gerade so ein bisschen... Er opfert halt sein Leben für Juvio, deswegen kennt er sie schon. Ja, anscheinend nicht. Ja, anscheinend nicht, oder? So, wir schauen, fangen mal mit der Band. Ihr müsst das nicht durchgehen. Ihr müsst nur darauf reagieren, was ihr davon haltet. Also ich denke, da gibt's ein paar Sachen, die ich jetzt nicht verstehe. Vielleicht kommen da noch ein paar Sachen raus. Also beim Gin ist klar. Bigger Necros mit der Band. Fusion Gate verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Lava Channel verstehe ich auch nicht. Lava Channel verstehe ich auch nicht. Ist Audi, spielt man sowieso noch einmal. Trisch oder ist es ok? Ähm, Livalry kann ich verstehen. Das ist, ähm, für die Zukunft. Da sind die ganzen, die ganzen Ignite rauskommen. Oder die ganzen Panel Decks, ja. Die sind nur am Zielen. Oder auch hier mit dieser, äh, mit der Felsauer Karte. Die sind nur am Zielen. Da gibt's die Caster-Ritte, ja. Wenn ich, ähm, ja, wenn ich in Ordnung... Wolltest du teilnehmen? Wieso nicht nur zu füllen? Emptiness. Emptiness. Kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Auf 1 war sie eh schon ok. Auf 3 war sie zu stark, aber auf 1 ist es ok. Aber die Band sollte sie nicht sein. Weil es stoppt einfach Quatschidext und es passt halt an. Weil sie geht sowieso mit auf dem Grave, wenn irgendwas geht. Dann auf 1 ist hier. Kann ich verstehen. Ja. Hier ist echt zu stark. Konstruft. Finde ich auch ok. Auf 1 ist echt ok. Dann ist Chardot-App wenigstens langsam. Ja, sehr langsam. Hell Chardot Fusion. Verstehe ich 100%. Das ist einfach die beste Karte. Beste Karte von Chardot-App. Rabelman auf 1. Verstehe ich nicht. Die Frage ist warum. Warum Rabelman? Ich weiß nicht, kommt noch etwas raus. Oder ich weiß es nicht. Aber bei Heroes war jetzt im Allgemeinen nicht so stark. Ähm, jetzt haben sie noch ein paar Gespräche. Wobei diese Grazine Stratus kommt dazu. Das kann ja wiederum sein, dass sie es deswegen auf 1 gemacht haben. Weil Stratus bekommen hat. Aber ich sag euch ehrlich. Wenn Stratus kommt, auf 1 kommt. Miros rüberflogen. Glaubt ihr? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaub nicht. Ich glaub auch nicht. Aber wird vielleicht ein bisschen nicht ruhig. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Infusion ist klar. Ob es ist wieder diesen Bastard. Nodon. Nodon. Der eventuell rauskommen wird. Oder soll uns bald bei uns. Wenn er rauskommt, dann Infusion sowieso auf 1. Ja. Wenn er mich sogar komplett wegkommt. Miss Deck auf 1 verstehe ich auch. Miss Deck auf 1 verstehe ich auch. Miss Deck auf 1 verstehe ich auch. Antikarten, wenn er eigentlich brauche ich in die jetzigen Decks. Ja. Eher die Sideboard Karte. Unicorn. Ja, vielleicht zu viele. Vielleicht zu viele. Ja. Aber die meisten haben nur 2 gespielt. Also nachher. Die meisten spielen auch 1. Ja. Neckos Unicorn. Verstehe ich vollkommen. Das war die Karte mit Nacross, die alles fast gefickt hat. Ja. Oh mein Gott. Da liegt Geld auf dem Boden. Äh. WIND UP 2. Wenn die Karte kommt, Homo und ich sind wieder dabei mit. WIND UP. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich glaub's nicht, oder? Ich glaub zwei Dante. Ja. Ja. Muss er antworten. Ja, ich find auf 2 ist okay. Wenn er auf 1 gehen würde, wäre sogar noch ein ticken schlimmer. Auf 2 eigentlich vollkommen gut. Man kann ihn auch mal ein bisschen recyceln auch. Break, rewind. Weiß ich nicht warum. Vielleicht wollen sie irgendwas pushen. Ja. Die waren ja auf 1. Ich glaub die wollen vielleicht wieder irgendwie. Ja. Insector Hornet. Insector Hornet. Wenn die, der auf 2 kommt. Ganz ehrlich, die sollte auf 3 kommen, Leute. Ganz ehrlich. So. Auf 3. Rescue Rabbids. Ich glaub sie wollen wieder irgendwas pushen. Ne, das wär zu stark. Rescue Rabbids auf 2 ist wieder ein anderes. Es gibt zu viele Karten. Ja. Auch jetzt mit den Insector Hornet könnte man sich spielen. Ja. Vielleicht wollen sie deswegen, äh, das wieder auf 2 bringen. Samanas Art kann ich verstehen. Kann ich auch verstehen. Aber ich hätte sie auch eher auf 1 getauscht. Ja. Wobei da sind ein paar Sachen, die ich verstehe. Äh, TT. Da kommen wir gleich dazu. TT auf 2. Finde ich gut. Eine gute Karte. Auf 1 schon echt mächtig. Auf 2 wäre sie noch geiler. Ich glaub die war sogar schon mal auf 2. Finde ich okay. Ja. Major magicians, rein mit Israel. Also Pro войnt sich auf zwei. Dann wär Wider wieder. Ja dann Ich und Hang wieder dabei. Wie gesagt. сорcerer auf 3. Man hat sowieso eigentlich nie Cors적으로 gespielt in der Mac. Man hat sowieso eigentlich nie Corsorserer gespielt in dieser Meta. Also daher Auf 3 ist eigentlich sinnlos. Darkhold auf 3, könnte ich verstehen, wenn jetzt Rageek gebannt wird, dann Darkhold auf 3, der bessere Rageek ist schon im Titel. Pulp auf 3, verstehe ich nicht, aber ich weiß nicht, was wir machen wollen. Und Second Sword auf Seven Stars, könnte man wieder auf 3 spielen. Könnte man spielen, weil die Drachen sowieso gebannt sind. Da könnte man auch wieder ein paar Koppeldecks auspacken, ein paar Skills zeigen. Ist die Liste eigentlich nicht schlecht? Nein, die Liste ist nicht gut, weil sie einen Deck vergessen haben, was eigentlich in der Zeit richtig abgeht. Und das wäre Clifford. Und da haben sie nämlich gar nichts gemacht. Ja, und das ist eigentlich nichts, weil die Ends den Spiel haben jetzt mit der neuen Karte. Und deswegen finde ich diese Liste an sich eigentlich recht okay zu jetzt. Aber dann fehlen noch ein paar Sachen, die man sollte auf jeden Fall ergänzen mit Clifford und was auch immer. Weil sonst würde nur noch Clifford rüber. Was haltet ihr... Martin, du gehst darauf, dass die auf links die Satellen halt gemacht haben. Ja, warte. Das sollte man auch nicht vergessen. Warte, warte, schau. Was haltet ihr von der Theorie? Manche behaupten, alte Reality Games hat Satellen angekauft, dann die Liste erstellt, ohne Satellen zu schwächen, damit sie Satellen wieder teuer verkaufen können. Was haltet ihr von der Theorie? Ja, das sieht danach aus, weil... Das hätte echt gut sein. Reinforcement ist immer noch auf 3, DL ist immer noch auf 3, einiges alles auf 3. Es wurde nichts geschwächt, ja. Könnte man, könnte man tanken, ja. Aber wie wir auch gesagt haben, Clifford wäre aber dadurch, durch diese Liste noch besser als Satellen, also verstehe ich die Logik. Ja, dass die jetzt sagen, wir wollen jetzt Satellen wieder mehr verkaufen. Wobei aber jetzt Clifford nichts... Also für mich über die Liste würde ich sofort Clifford spielen. Weil... alles... Oder Windup. Oder Windup, oder... Es ist halt die Frage, ob der Windup schnell genug ist in dem Format. Ja. Das ist halt die Frage. Aber da sind auch ein paar Sachen, wie gesagt, die ich nicht verstehe. Fusionsgeld verstehe ich nicht. Weiß nicht, vielleicht... Keine Ahnung. Vielleicht kommt da irgendwas, woran ich wüsste. Ja. Ist trotz Clifford, also mit der Liste ist Clifford Meter. So ein Satellen Knight wäre wahrscheinlich Meter. Wäre auch nur oben dabei, ja. Weil die Liste so weg haben oder nichts... Neckross wäre tot, glaube ich. Neckross wäre echt. Geil, weil Prisola ist nicht mehr. Unicorn ist auf 1. Auf 1. Das wäre nicht bespielbar. Ähm... König Abyss wäre sehr langsam. Und... Chardon wäre auch ziemlich geschlossen. Chardon wäre auch ziemlich langsam. Wegen Konstrukt. Also nach der Liste wäre Clifford unser Satellen auf Meter. Ja. Und alle anderen Decks, ich vergesse. Alphanix. Äh... Was gibt's noch? Ritual Beast. Ja, Ritual Beast. Ja, Ritual Beast. Und Edgero wäre auch mit ihm zu spielen. Ja. Das ist so unsere Einschätzung. Also würdet ihr auf so einem Turnier spielen, oder nicht? Eher... Eher auf Konami? Also auf so einem Turnier wäre... Wahrscheinlich ist der Talonite oder Clifford, eindeutig. Ich würde dann wahrscheinlich auch eher... Also Clifford spielen. Bei dem Turnier. Euer Team Waviti. Was ist der Token? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal. い